Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wo liegt das Glück heute am 28. August 2017? Wen beschenkt Fortuna im heutigen Tag? Und vor allem in welchem Lebensbereich liegt das Glück? Das sind gerade die Skorpiongeborenen, besonders die Skorpiongeborenen, die am 14., 15. und 16. November Geburtstags haben. Diese Energie strahlt etwas aus. Und diesen Glück empfangen auch die Fischengeborenen und auch die Krebsgeborenen. Wo liegt das Glück? Das ist die Kraft, mutig zu sein, Schritte machen, über die Grenzen zu gehen, die Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen und das auch ergreifen, Wenn die Skorpiongeborenen in einer juristischen Angelegenheit als Sieger rauskommen oder wenn es um Gerechtigkeit geht, bekommen die Skorpiongeborenen ihren Recht. Und in einer wohnlichen Situation wie eine wohnliche Veränderung oder ein Umzug haben die Skorpiongeborenen auch gerade Glück. Diese Energie hilft auch die Ängste überwinden und es verspricht auch Erfolg. Und die Skorpiongeborenen haben auch Ziele und jetzt sind sie mutig dabei, diese Ziele erreichen. Es gibt auch keine Hindernisse da im Augenblick. Wenn jemand wissen möchte, welche sind die Glückstagen des Jahres oder im Monat, das kann ich gerne berechnen. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Vielen Dank.